Im Namen Gottes, wir beginnen jetzt die Pressen-Konferenz. Head-Coach stammt vom Lali-Club. Sie können dann eine Zusammenfassung für das Spiel geben und dann haben Sie die Möglichkeit, drei Fragen zu bekommen, die natürlich im Rahmen des Spiels sind. Gut, ich glaube, es war ein intensives Spiel. Und das erste Spiel ist immer so ein bisschen in der Meisterschaft. Man muss ein bisschen zurück, wo man steht. Gerade auch für uns, für uns als Trainerteam. Wir kennen die Liga noch nicht so genau. Wir wissen, welche Mannschaften wir spielen. Und ich glaube, wir haben uns trotzdem gut vorbereitet. Und es war jetzt von unserer Seite her natürlich, wir haben mehr Ballbesitz gehabt. Wir haben auch besseren Chancen herausgespielt. Aber noch zu wenig Tore geschossen. Und es war dann auch ein Geduldsspiel. Weil Ismail ja auch dann schon auch die eine oder andere Aktion nach vorne gut gestaltet hat. Und dementsprechend, glaube ich, ist der Sieg verdient. Der Anfang dann in der Afrika-Meisterschaft war gut und die ägyptische Liga hat auch dann gut begonnen. Was sind deine Eindrücke über die ägyptische Meisterschaft jetzt? Nach einem Spiel? Ja, ist natürlich schwierig. Also, so wie ich mitbekommen habe, sind die Eindrücke mit dem Spiel. Aber ich weiß, dass die Eindrücke immer sehr großartig sind. Und sie waren, dementsprechend, auch sehr motiviert. Und das war ein guter Spiel gezeigt. Und es war schwierig für uns. Aber wir haben schlussendlich den Sieg erhalten. Aber wir haben schlussendlich den Sieg erhalten. Aber wir haben schlussendlich den Sieg erhalten. Am Anfang dann, ich gratuliere für die ersten drei Punkte in der Meisterschaft. Der Anfang dann ist immer gut oder wichtig für die Mannschaft. Der Anfang dann ist, dass die Tore zu verschießen, die wir jetzt heute gesehen haben. Das ist ein Plan, dass die Spieler besser die Chancen. Ja, das ist natürlich Training, das ist Sicherheit. Und schlussendlich auch natürlich Siege. Wenn du Siege holst, kriegst du mehr Selbstvertrauen. Und diese Sicherheit, die wir im Training natürlich zirr. Und diese Sicherheit, die wir natürlich, zu über jeden Tag. Und das sind wir dran. Aber, ja, wir müssen noch mehr arbeiten, wir müssen noch mehr tun. Und noch mehr zu tun. Ich habe meine Frage dann über die Wechselspieler. Er hat im Training gezeigt, dass er sehr schnell ist und ich habe natürlich auch gedacht, wenn der Gegner dann natürlich im Team steht, ist es wichtig, dass du mit Schnelligkeit auf die Seite. Die Auswechslung ist voll aufgegangen, aber hat das Tor vorbereitet. Und natürlich, der Tagheer ist sehr glücklich, weil der Tagheer ist, dass der Tagheer ist, weil der Tagheer ist, und der Tagheer ist, dass der Tagheer ist. Das ist der Grund, dass die Tagheer ist. Ich bin willkommen in der Ägypten und ich gratuliere über den Sieg. Ein Problem, das wir letzte Saison viel gesehen haben und ist weitergeblieben, dass wir zu langsam dann die Spielaufbau, viele Fehlpässe auch. Wann sehen wir, wie Ali spielt oder entwickelt sich wie in Europa? Ja, also das sind natürlich viele Faktoren. Wir sind jetzt knapp, also ja, wo sind wir schon? Fünf und halb oder fünf, genau. Also noch nicht mal zwei Monate hier. Ich glaube, es ist auch schwierig mit Europa zu vergleichen. Und das ist für die Spieler auch schwierig. Und wir sind auch jeden Tag dran. Wir versuchen, unsere Kombination der Spiel und die Technik zu verbessern. Wir versuchen, unsere Fahrrad zu verbessern. Wir versuchen, unsere Fahrrad zu beten, also diese Sicherheit zu verbessern. Aber das geht jetzt nicht von heute. Aber es ist jetzt nicht möglich. Aber jederzeit braucht das Zeit. Ihre Meinung dann über den Spielplan? Der Spielplan ist nicht meine Aufgabe.